Im Rad geht es heute zum Zug, mit Zug zum Berg. Ziel ist die Kreuzegruppe. Auffahrt der Kreuzeckbahn. Überhalb von der Mernikolm geht es aufwärts, gegenüber der Kreuzegruppe. Ich bin oben im Wald unterwegs. Jetzt bin ich gleich in der Salzkoffel-Litte. Da muss ich dann am weiter Weg nach Steinberg im Trautau. Vor mir liegt jetzt der Salzkoffel-Litte. Hinter mir Salzkoffel-Litte. Ich bin jetzt am Heinrich Hecht wegen der Ritz. Drüben ist dann der Lack und Bichl. Den muss ich noch machen. In drei Stunden war ich noch dahinten der Verebung am Rostboden. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Die Hochhalmsigma herglänzen. Reisengletscher. Die Einsamkeit der Kreuzegruppe ist wieder einmal faszinierend schön. Ich bin an dem letzten Gipfel des heutigen Tages. Im Stagoa und da unten. Steinfeld und der Bauer noch für jedenfalls. 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 Steinfeld und woanders. Untertitelung des ZDF, 2020